Liebe Fans von Borussia Mönchengladbach, wir sind zurück mit interessanten Neuigkeiten über unseren talentierten Innenverteidiger K.O. Itakura. 2024 verspricht ein arbeitsreiches Jahr für den japanischen Verteidiger zu werden, mit Interesse von renommierten Vereinen wie Liverpool und Tottenham, doch eine kürzliche Enthüllung über seine Ausstiegsklausel löst eine Welle von Spekulationen aus. Fabrizio Romano, ein renommierter Transfer-Experte, zögerte nicht, K.O. Itakura als einen Spieler hervorzuheben, den man im Jahr 2024 im Auge behalten sollte. Der 26-jährige Verteidiger, der derzeit mit der japanischen Nationalmannschaft um den Asienpokal kämpft, erholt sich aufgrund einer Knöchelverletzung, die ihn einen Monat lang ausfallen ließ. Was jedoch die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Unsicherheit über seine Ausstiegsklausel. Am Silvesterabend veröffentlichte Fabrizio Romano Informationen, die alle überraschten. K.O. Itakura hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 gültigen Vertrag. Diese Enthüllung steht im Widerspruch zu früheren Informationen in deutschen Medien wie All Bild, wonach der Spieler keine Ausstiegsklausel hatte. Seit seinem Wechsel von Manchester City zu Borussia Mönchengladbach für 5 Millionen Euro hat Itakura seinen Marktwert verdreifacht und erreicht die 15-Millionen-Euro-Marke. Itakuras Qualität auf dem Feld blieb den europäischen Giganten nicht verborgen. Liverpool und Tottenham behalten den japanischen Verteidiger im Auge und die Enthüllung seiner Ausstiegsklausel könnte der Transfersager ein neues Kapitel hinzufügen. Die Unsicherheit über die Klausel und ihre Gültigkeitsdauer bis 2026 bringt Borussia Mönchengladbach in eine heikle Lage. Liebe Fans, jetzt wollen wir eure lebhafte Meinung hören. Wie denken Sie über das mögliche Interesse von Liverpool und Tottenham an K.O. Itakura? Glauben Sie, dass die Ausstiegsklausel eine Gefahr dafür darstellen könnte, dass wir unseren wertvollen Verteidiger behalten? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Erwartungen an Itakuras Zukunft mit Vohls. Die Stimme der Fans ist von grundlegender Bedeutung.